Nehmt ihr überhaupt noch neue Kunden und Aufträge an? Hallihallo und herzlich willkommen zu Nachgefragt. Die heutige Frage ist, du hast gesagt, dass ihr die Umsätze verdoppelt und genügend Aufträge habt. Nehmt ihr überhaupt noch neue Kunden und Aufträge an? Auf jeden Fall, wir freuen uns über jeden neuen Kunden, über jede neue Herausforderung. Das ist das Schöne bei Wachstum. Man kann investieren, es kommen neue Leute ins Team und wir tun alles dafür, damit wir genauso flexibel und genauso zuverlässig sind, wie die ganzen Jahre zuvor auch für unsere Kunden da sind. Ich freue mich über weitere Fragen. Ich freue mich über eure Likes, wenn ihr uns folgt. Bis bald, euer Bernd. Tschüss. Schöne bei Wachstum